Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Lehrerbildung ist ein wichtiger Bestandteil der akademischen Ausbildung an unseren Hochschulen. In einer inklusiven Gesellschaft haben Lehrerinnen und Lehrer eine besondere Schlüsselfunktion, die durch eine zukunftsweisende Aus- und Weiterbildung gewährleistet werden muss. Investitionen in die Lehrerbildung sind nachhaltige Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft und in die Zukunft unserer Kinder, meine Damen und Herren. Im Einzelplan 06 des Landeshaushalts werden deshalb für das Jahr 2016 mehr Zuschlüsse für Investitionen in die Lehrerbildung an den Hochschulen getätigt, insgesamt 22 Millionen Euro, was einer Erhöhung um 3,4 Millionen Euro entspricht. Hier soll vor allem der Ausbau von Fachdidaktikprofessionen und Lehrerausbildungszentren vorangebracht werden. Zur Umsetzung der Inklusion an unseren Schulen baut die Landesregierung auch die Studienplätze für die Förderpädagogik aus. Hier sind in der Endstufe 2.300 zusätzliche Plätze vorgesehen. Im Haushalt wird der Etat dabei von 9,2 Millionen auf 13,8 Millionen erhöht. Es gibt aber auch noch weitere wichtige Vorhaben, wie zum Beispiel Forschungsprojekte zur Erforschung des gewaltbereiten Salafismus und Radikalisierungsprozessen junger Männer und Frauen. Hierzu gibt es 400.000 Euro zusätzlich im Haushalt, was damit eine Grundlagenforschung zur Erforschung des radikalen Salafismus ermöglicht, was Präventions- und Deradikalisierungsmaßnahmen auch voranbringt. Eine weitere wichtige Veränderung ist der Etat zur Förderung der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft, der derzeit 15 Forschungsinstitute aus NRW angehören. Hier wird es auch zusätzliche 400.000 Euro zum bisherigen Ansatz geben. Eine sehr erfreuliche Unterstützung kommt dem Engagement von Studierenden bei der Flüchtlingsarbeit zugute. Mit zusätzlichen Mitteln von 200.000 Euro wird diese Arbeit auch gewürdigt. Der Haushalt für das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung reagiert dabei auf wichtige gesellschaftliche Entwicklungen und tätigt die richtigen Investitionen. Ich empfehle an dieser Stelle in aller Kürze auch noch einmal die Zustimmung. Herzlichen Dank. Vielen Dank.